Hallo und willkommen bei Hardware Hard. Ja, es gibt wieder eine Verlosung und diesmal das NVIDIA Shield TV in der Pro-Version. Die Pro-Version hat einen zusätzlichen Festplattenspeicher, Controller und Fernbedienung ist auch mit dabei. Über das Gerät habe ich ja schon ein Review gemacht, wer das Review noch nicht gesehen hat, linkt dazu in der Videobeschreibung. Mitmachen ist wie immer ganz einfach. Erstens, ihr müsst mich abonnieren, also wer mich noch nicht abonniert hat, jetzt auf Abonnieren drücken. Zweitens, schreibt einen beliebigen Kommentar unter das Video. Und drittens, klickt auf den Link in der Videobeschreibung, dort kommt ihr zu einem Google-Formular. Hier müsst ihr euren Vor- und Nachnamen, E-Mail-Adresse sowie YouTube-Namen eingeben. Der Gewinner wird in zensierter Form auf meiner Facebook-Seite bekannt gegeben, außerdem wird er natürlich auch noch per E-Mail benachrichtigt. Ja, man darf auch unter 18 Jahren an dem Gewinnspiel teilnehmen und jeder darf sich nur einmal anmelden. Wer sich doppelt anmeldet, wird automatisch disqualifiziert. Teilnahmeschluss ist der 26. Dezember, 24 Uhr. Der Gewinner wird am 27. Dezember dann gleich bekannt gegeben. Dann wünsche ich mal jedem von euch viel Glück und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Video.